ARD Text im Auftrag von Funk Hallo, hallo! Wir sind wieder zu einer weiteren Folge Wutene! Server! Und wir spielen Mario Party, wie ihr es im Hintergrund seht. Und ich bin dort die geile Peach Bitch! Mario Party kennt ihr sicherlich. Wenn ihr es nicht kennt... Wenn ihr es nicht kennt... Es sind scheisse! So. Jetzt müssen wir hier würfeln. Wenn ihr es nicht kennt... Und und und? Vier! Zwei! Das heisst, wir können ein Feld lang springen. Und ich wollte als erstes um die Felder also ein Feld durch... 13 ein Feld durchspringt und hat gewonnen. Und ja... 13 Felder noch? 13... Nein! Doch! 38! 13 Felder, das hast du ja... Ja, 38! Halt deine Spiele! Und dann, was hast du noch? Und halt nach Reden mal... Und das Minispiel! Der, wo man meistens gewinnt. Ja! Ja! Also Monster Kills! Ja! Ja! Und dann muss man jetzt zwei Monster killen. Und dann, wenn man gewinnt oder einfach dritter Platz ist, dann kriegt man so einen Zusatzwürfel. Was? Ist Killmogger? Killsteal! Killsteal! KS! Oh Gott! Ja, auch in LOL, Alter! Ich hasse das! Oh, ich kann einfach nur zwei die! Lass, wo kann mich? Und ja! Boah! Es sind so viele Behinderte im Mongos da, Alter! Ja, du musst halt ein bisschen... Geht gar nicht! Geht gar nicht! Oh, was ist, wenn ich ein Bad kill? Ich gehe auch! Ja? Ja! Aber die ist dann schwieriger zu tragen! Boah! Fick it up! Ich habe mir gerade ein Damage gekriegt! Aber du musst einfach... Gehen wir die nochmal auf der Liste? Ja! Was? Was ist? Ich bin nicht mal auf der Liste, ich bin aber zu guter Würfel! Du bist einfach scheisse, ja! Cripper! Du musst einfach nicht aufs Leben achten! Du musst einfach nur drauf gehen! Ja, ich weiss, das mache ich auch nicht! Ja, ich bin zweit! Oh! Das heisst, zudem kriege ich noch einen silberigen Würfel extra! Ich gehe zweimal würfeln und dann kriege ich... Der erste Würfel ist von 1 bis 6 und der silberige ist von 1 bis 4. Ich weiss ganz genau! Und? ZWEI! Scheisse! 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 Das ist auch ein wenig mit Glück verbunden! Okay, haben Sie das Glück? Ja, einfach in dem Moment, wo du glückst eigentlich! Okay, 6! Okay, gerade nur 6! Jetzt bist du in der Hüt! Ich bin neben dem... Ich bin neben dem... Nicht so wahr zu Fabrikat! Aha! Aha! Ich bin weiterer als du! Ja, komm! Wenn du ein 6 unter 2 würfest! Und vorher schon 3 Felder weiter gesehen bist! Mhhh! 2 unter 4! Insgesamt 6! Aha! Ja, ist egal! Also in meinem Fall! Versuche das, wenn du über keine Mine läufst und sie explodiert! Meiden sie und versuche als erstes, das heil auf der anderen, das heil anzukommen! Okay! Haha! Das ist nicht so einfach du! Nein! Okay! Aber schaffen wir! 4 A 1 Folge! Oh! Ich bin gerade einfach auf dem Wandzug gerät! Scheisse! Ah! Dann kannst du einfach über Radom überrennen! Und wenn du da halt reinläufst! Dann bist du einfach am Start! Ja! Ah! Scheisse! Boah! Ich bin doch... Das ist doch Gainess! Achso! Aktiviert ja nicht mehr! Äh! Was? Äh! Ah! Aber es ist schon aktiviert! Schade, Alter! Boah! Null Blöcke! Aha! Scheisse! Oh man! Ich habe mich total versaut! Okay! Scheisse! 1! 4! Nein! 1! Scheisse! 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 Gefäule! Hörst du das? Was ist das? Das bin ich, der gegen muss! Ich kann vor die Haut! Okay! Äh! Du bist jetzt mega leislig! Wieso bin ich leislig? Jetzt bist du ein bisschen leuter! Mach! Red einfach ein bisschen leuter! Aber wegen Auto-Zeugs! Das ist mega luxe! Wo ich dagegen kann! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha ha ha! Vielleicht hat die Musik gerade... Michi-Na-Torz! Musik ist glaube ich nicht so leislig! Aber egal! Michi-Na-Tor! Michi-Na-Tor! Komm raus! TNT-Run! Versuchen! Wenn ich mir lange wie möglich auf der Plattform zu stehen! Der Letzte, der oben steht, hat gewonnen! Jetzt ist das normal! Das ist halt das normal! Classic TNT-Run oder? TNT-Run oder? Und ich habe nicht... Waaaaaah! Ja, siehst du aber... Alter, das geht ja mega schnell weg! Das saugling! Oh ja! Und das Zischen kommt nicht wegen meinem Mikrofon! Das ist wegen der TNT! Oh Gott! Ich bin schon lang... Ich bin schon tot! Oh Gott! Ich... Das geht mega schnell weg! Oh Gott! Ey! Oh Scheisse! Oh, ich begleite dich! Smooth! Smoothie! Oh! Oh! Geil, Alter! Ich bin schon gut raus! Fuck! Es ist noch... Noch 2 sind da! Okay, ich muss... Ich muss da... Ich muss da... Ich muss da... Dann bin ich King! Oder noch... Nein, es sind noch... Es sind noch... Jetzt sind noch... Jetzt sind noch 2 vorzerträgsen! Woah! 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 Warte... Wie viel sind es noch? 1, 2! Wir gewonnen! Oh! 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 Skills! Geil! Skill was! Boah! Jetzt muss ich irgendein bisschen raus würfeln! Weißt du was? Jetzt habe ich 2 mal 6... Also 2 16 Würfel! Vor der IWAD HD hat es Mario Party verlassen! 5! Oh! Das ist einfach kein 1! Hör mal auf mit dem Scheiss! Ich habe 2 gewürfelt! 1! Ich habe es gewusst! 1! Ich habe 2 gewürfelt! Oh! 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 Ich habe 2 gewürfelt! Versuche als erstes auf der oberen Plattform anzukommen und probieren dort auch kein Monster. Nein! Geil. Du, du Jump! In Minecraft Style! Oh Scheisse. Hä, wieso kann ich nicht... Ah, du musst Geld. Boah, ich bin scheisse. Boah! In dem Minispiele bin ich mega scheisse. Du Bouncer, Alter! Ah, Tower Jump, das habe ich geil gefunden früher. Der Tower Jump ist geil. Im alten Ding war das. Und was ist rot? Gar nichts. Boah! Boah! Auf dem alten Funweil hat es Tower Jump gegeben. Das habe ich geliebt. Okay, ich bin jetzt nicht so der Funweil. Boah! Ich habe den alten Funweil irgendwie besser gefunden. Hallo! Kann ich mal hochgehen? Nein! Oh, es wird fast abgehauen. Boah, Scheisse. Boah, du bist der Kopf fährt. Boah, es ist so behindert, wenn du einfach Plattformen über dir hast. Nein! Boah! Ich bin aber wieder ganz abgehauen. Oh, du hast mich jetzt einfach so versaut. Ich kann es versaut. Egal, 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 jetzt mache ich ein Sechser. Komm, ich muss die Forderste ziehen. Fünf. Vier. Scheisse. Boah! Ja, sie kommt auch noch. Ich kriege eh nicht mehr. Nach 18 Felder bis zum Ziel. 27. Nein, ein Bücher hat mich überholt. 27 Felder. Das ist perfekt. Boah, ich spiel mal. Ist. Mir. Egal. So. Okay, was spielt? Was spielen wir? Das Spiel beginnt in 80 Sekunden. King of the Hill. Es geht darum, als erstes den Gipfel zu erreichen. Dabei habt ihr einen Stock mit irgendetwas. Mit NOKPACK. Was ist das? Spiel rundherum. Ah, das ist geil. Das liebe ich, das Spiel. Jetzt habe ich die Runde schon gestartet. Ja. Loh. Aber du kannst halt die Leute schlafen, dass sie dann einfach wegkicken. Ah, und ich warte auf mich, du Wichser. Ha, ha, ha. Okay. Was für Piss. Ich sehe nicht, ob ich lauter behinderte Spieler. Ah! Aber es ist gekommen. Boah, der Wichser hat mich runtergeschafft. Das war ich wirklich. Boah, Andi, wir sind Team. Wir sind so Team-Noobs. Oh Gott, ja stimmt. Ich habe einen Geiler. Ich will da drüben. Ah, Alter. Ja, aber wir sollten da angeln. Ah, nein. Boah, ich gehe einen anderen Weg. Wie? Boah. Ah, scheiße. Andi, Andi, Andi. Nicht schlafen, nicht schlafen. Hier, schau mal. Ich busse dich. Ich busse dich. Nein. Da kommt mich nicht durch. Ja. Nein, das ist nur eine Einer-Locke. Du Wichser. Ja, und wie schläfst du mir die... Scheiße. Boah. Boah, jetzt ist die ganze Aufnahme für selten. Ich sage dir das halt. Wir werden auch runtergehen. Wir werden auch runtergehen. Nein. Nein. Aus der Map. Aus der Map. Ah, ja. Ich bin fertig. Wieder versaut. Ah, weisst du mir Scherz sogar. Kackspiel. Kutzmutter. Ah, ich sehe nichts. Scheiße. Drei. Scheiße. Scheiße. Was ist los mit mir? Scheiße. Nach 15. Er fällt etwas zum Ziel. Und der andere Spass ist immer noch vor mir. Ich sell 18. Was ist weg? Du bist aber dritter. Ja, bin ich dritter. Wie schreibt mir das? Mit der Uhr. Ah, ich glaube einfach. Okay, ich bin dritter. Andi ist von Sp... Ah, geil. Was ist Spiele? Mini Survival Games. Oh, oh, oh. Wenn ich gute Items habe, könnte ich sogar ein bisschen... Das ist bei Split Survival Games. Es geht. Ja, doch eigentlich schon. Nein, du musst die Kiste. Du musst einfach rechts auf die Kiste und dann hast du die Items. Ah, das ist geil. Erstmal alle um Spawn-Loot. Was soll ein Spawn? Ich hatte jetzt so einen Brunnen mit mir auf die Kiste. Was? Boah, ist es Friedenszeit, ey. Goldtöpfel. Ah, geil. Weisst du, ich habe 25 Gefühle, aber keinen Bogen. Ich habe einen Bogen, 25 Gefühle. Okay. Scheiss, ich bin tot. Was? Wie schaffst du das? Jo, ich habe vielleicht direkt mit einem Battle am Anfang. Why? Oh ja, jetzt habe ich ihn. Gottlieb. Der Wichser. Oh mein Gott. Oh. Oh, nach der Aufnahme muss ich mir erstmal etwas dringen. Boah. Boah. Nein, der Wichser. Oh, scheisse. Das ist von hinten gekommen. Boah. Endlich muss das Spiel fertig. Boah. Das ist ja scheisse, wenn man einfach von hinten kommt. So, Gainess. Gainess. Da habe ich ja gar keine Chance. Gray für Fist. Gainess. 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 Es wird immer scheisse gehen. Ich bin lustig. Ich habe über drei Mal wieder einen anderen 1 geöffnet. Ah und ja, ich bin. Er braucht 18. Er fehlt ein bisschen Zeit. Weisst du. Boah. Ich bin nur noch zweitletzt. Scheisse. Das habe ich halt gesehen. Hä? Hä? Wie seht ihr das vielleicht, wo man ist? Auf der Uhr. Okay. Jetzt bin ich mit dem Butler auf gleiche Fall. Ein feier Fall? Okay. Ich springe von der Plattform und versuche das Wasserloch zu treffen. Dropper. Also das 1 ist einfacher, aber das 2 ist dann mega schwierig. Da schafft vielleicht keiner. Dropper. Boah. Das muss einfach gut sein. 1 ist einfach. Wo ist das Wasserloch, Alter? Das 1 ist einfach. Genau. Ich habe nicht getroffen. Ich sehe. Jetzt haben die Map geladen. Sie haben die Map nicht geladen. Ich habe das einfach nicht gesehen. Level 2. Das ist 5,5,5. Das ist scheisse. Alter, das ist mega schwer. Das ist so eine richtige Dropper-Map. Haben Sie das 1 noch mega? Entschuldigung, dann kommt direkt so etwas. Weisst du? Oh, fast. Oh. Oh Gott. Alter. Boah. Das Problem ist, dass es so nach aufeinander ist. Du kannst nicht irgendwie... Oder es kommt am Anfang viel zu früh auch. Du musst mal von dieser Plattform springen. Das ist viel besser. Entschuldigung, ich mache die ganze Zeit einfach von dieser Plattform. Oh Scheisse. So dumm. Oh. Fast geschafft. Ja. Boah. 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 Ich weiss, sind schon welche weiter auf jeden Fall. Ja. Ich denke schon. Jawohl. Ich habe es geschafft. Ja. Ich habe es geschafft. Alter, die ist so geil. Oh nein. Ja. Das sind einfach Bäume. Und du fliegst einfach so drüber. Nein, passt doch nicht. Hä? Fast. Ein Block daneben. Nein. Der Botley hat gewonnen. Also ich bin zweiter. Boah. Alter, die Dropper-Mecher manchmal spielen. Es ist so geil gemacht. Du fliegst ab. Und dann, wieso wenn du durch eine Map, so eine Weltfigur wirst, sagst du. Du bist froh, du bist gerade hinter mir. Okay. Fynn. Oh nein. Okay. Doch. Du bist fertig. Oh ja. Okay, das war mit Mario Partay. Der hat jetzt gewonnen. Nein, ich bin nicht in den Top Day gekommen. Einfach versaut, Alter. Einfach versaut. Aber es hat Spass gemacht. Oh ja. Also das war mit Mario Partay. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren oder überstudieren. Eine positive Bewertung. Es regnet. Es regnet. Es regnet. Es regnet. Oh, guck mal. Decken sieht mega cool aus. Du Pilzli. Ah. Mit dieser geilen Pilzli-Decken. Verabschied ich die Folge. Abonnieren. Du bist du dir. Bis zum nächsten Mal. Bye. Ah du Pilzli. Bye. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.